willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer für alles rund um spiele filme und serien sowie alles was dein nerd herz höher schlagen lässt und hier sind deine gastgeber markus und christian hallo hallo wow alles klar christian ist laut und christian ist am start alles klar tach ich frage mich manchmal bei diesen merkwürdigen introsekunden nach dem eigentlichen intro was die leute von uns denken schreibt es gerne mal über das feedback formular was denkt ihr wenn wir euch so begrüßen ich kann nichts dafür ich hatte einen schluck cola jetzt bin ich voll auf zucker ja also feedback immer gerne an mindcast minus podcast punkt de slash feedback oder auch über den community discord oder instagram direkt nachricht wie auch immer wir freuen uns immer sehr ich habe jetzt übrigens über das feedback formular eine eine e mail bekommen das habe ich dir noch gar gestartet habe ich vorhin tatsächlich vergessen pass auf ich freue mich ja immer wenn diese mail kommt von meinem hoster let's cast punkt fm übrigens sehr zu empfehlen wenn ihr einen eigenen podcast starten möchtet du kriegst dann wenn über dieses feedback formular dort ein feedback eingesendet wird kriege ich immer eine e mail neues feedback zu deinem podcast mindcast die nerds von nebenan hast du so eine kleine e mail wo halt die infos drin stehen wer das geschickt hat e mail adresse und so weiter und wir haben feedback bekommen von mark nill ja zur folge season 2 episode 10 einfach mal animes vom 20.06.2021 ja und er schreibt uns zu dieser folge folgendes feedback i will promote your podcast i will give you one k ratings downloads with comments whatsapp dann eine telefonnummer my fiverr account address thank you von der vertrauenswürdigen e mail adresse mark 1 9 2 0 2 1 2 2 2 und noch irgendwas noch ganz viele zahlen ja also total vertrauenswürdig also ich bin auf jeden fall voll bei seiner seite vor allen dingen weil mark nill hat eine fiverr account der patricia irgendwas heißt absolut vertrauenswürdig würde ich sagen absolut vertrauenswürdig ich würde ihm mein geld geben ja also wenn ihr uns innerhalb der nächsten wochen auf platz eins der itunes chart seht dann wisst ihr bescheid dann ist mark nill schuld dann sind wir durch die decke gegangen ja ja also so viel dazu da kommt natürlich ab und zu mal so ein bisschen spam durch ein bisschen nervig aber wir freuen uns auf euer echtes feedback ihr lieben heute möchten wir euch akustisches feedback geben beziehungsweise über akustische dinge sprechen denn wir haben ein schönes thema für euch es ist es ist soweit lieber max war es eines von deinen themen ich weiß es gar nicht groß angekündigt lieber max ich weiß ja nicht ob es dein thema war doch doch tatsächlich doch tatsächlich der max hat es vorgeschlagen ich muss jetzt noch mal nachgucken und zwar geht es heute um soundtracks in spielen im weitesten sinne dann möchte ich jetzt gerne die freuden oder den freudenausruf von max gerade darstellen oh ja für die freude hat sich doch gelohnt diese folge aus dem boden zu stampfen ich freue mich jetzt schon max ich hoffe ich habe dich gut interpretiert okay alles klar ich hoffe ihr anderen freut euch auch da draußen thema wie gesagt gewünscht vom lieben max der auch immer fleißig feedback schreibt sehr vielen dank dafür und der vielleicht auch zeitnah auch mal irgendwann in einer gast folge dabei sein wird denn ich weiß er brennt darauf seinen senf jetzt mal irgendwie selbst beizutragen nachdem uns auf die wurst schmieren den senf ja ihr könnt euch gerne gegenseitig was auf eure würste schmieren aber da bin ich raus leute da bin ich raus leute also kommen wir zum eigentlichen thema es geht nicht ums würste schmieren von eigenen würsten oder anderen würsten sondern es geht heute um spiele soundtracks beziehungsweise so generell die akustische untermalung in spielen durch musik haben es gibt sauviele spiele und sauviele spiele haben ich hätte jetzt beinahe gesagt leider zum glück haben sie auch in der regel einen sehr geilen soundtrack und wie man mittlerweile über mich wissen dürfte ist ich bin wirklich hardcore am abstürzen wenn der soundtrack gut ist und da kann ich auch über viele andere spielmängel hinweg sehen ja denn für mich persönlich trägt ein soundtrack sehr 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 viel von der stimmung eines spiels und ich muss sagen es fiel mir sehr schwer ich habe eine notiz gemacht mit so ein paar kleinen sachen wo ich sage das würde ich sehr gerne sehr gerne erwähnt wissen und würde auch gerne so ein bisschen deine meinung dazu hören tatsächlich ich habe ja sound schnipsel vorbereitet ich habe meinung ja mal gucken und die können wir jetzt aus rechtlichen gründen natürlich leider nicht im podcast abspielen das ist immer ein bisschen schade aber ich werde versuchen euch die sachen in die show notes der folge reinzupacken dass ihr euch entsprechend in die clips in die wir reingehört haben auch reinhören könnt wenn ihr da lust drauf habt um das ganze zu vertiefen vielleicht kennt ihr aber auch das ein oder andere schon und müsst ihr jetzt nicht unbedingt euch rein klicken aber wenn ihr das als unterstützung benötigt werde ich schauen dass es in die show notes mit reinkommt für euch ihr lieben wie wichtig sind für dich lieber christian soundtracks in spiel also sprich die musikalische untermalung wie du schon sagtest finde ich ist das ein sehr wichtiger faktor für mich das ist vor allem halt zur untermalung der spiel szenarien je nachdem wenn du jetzt ein spiel hast was auch sehr storilastig ist trägt das ja mit der musik im hintergrund ja auch viel zur stimmung bei auf jeden fall ja ich kann aus eigener erfahrung auch sagen ich sag mal sport oder rennspiele wo der soundtrack wirklich gut ist sind für mich wirklich gold wert weil ich kann jetzt mal als beispiel mal zum besten geben hier tony hawks pro skater ja geil das ist für mich so einer der sternstunden der soundtrack sozusagen da habe ich auch viele bands kennengelernt tatsächlich die ich teilweise heute noch höre oder wo ich wo ich teilweise auch die die tracks aus dem tony hawks soundtrack immer wieder höre genau generell habe ich die erfahrung gemacht dass viel wo du spiele hast wo es ums skaten geht damals auf der ps1 dass street skater oder halt wie gesagt tony hawks pro skater diverse snowboard spiele prinzipiell gibt es da jede menge wo man sagen kann ja da ist der soundtrack mega geil passt zum spiel passt zur szenerie bringt mir auch persönlich so eine gewisse stimmung so eine gewisse euphorie dass ich so richtig bock auf dieses spiel habe ja ja genau da bin ich mega pumpt wo ich jetzt sagen muss wo es mir wirklich zum allerersten mal wirklich bewusst aufgefallen ist ist bei dem spiel gran turismo allerdings also soundtracks in spielen generell soundtracks in spielen generell dass das für mich wirklich so einen gewissen einfluss hat und wie gesagt das war bei gran turismo 1 auf der playstation 1 allerdings muss ich sagen die japanische version da gibt es unterschiede im soundtrack da gibt es unterschiede im soundtrack kann ich dir später nach der folge mal spielen das ist dann das intro ich habe jedes mal das intro freiwillig laufen lassen weil das für mich so ein bisschen yes das ist ein geiles spiel jetzt geht es gleich los jetzt wirst du stunden um stunden um kurse heizen du wirst dir die ganzen ich sag mal du hast ja die prüfungen vorher die du machen kannst nur um die lizenzen zu erwerben die aus du jetzt alle durch in gold ja auch die lizenzen erwerben muss um weiter zu kommen um dinge frei zu schalten um damit dann auch bessere teile einbauen zu können und so weiter ich war nie der gran turismo fan ehrlich gesagt ja und dass das also so rennspiele mag ich halt nur wenn so need for speed arcade mäßig ist achso ich liebe dieses reifendruck und felgenabstand und und was weiß ich nicht was konfigurieren muss da bin ich schon raus da bin ich voll drin man muss dazu sagen ich bin halt auch kein autofahrer so ich bin aber auch kein auto nah also es interessiert mich halt wirklich null das thema auto ja aber bis zu einem gewissen grad mag ich diesen detail reichtum ja ja also da muss ich sagen passt auch gut zum thema soundtricks in spielen wenn jetzt von gran turismo übergehen bei need for speed underground zum beispiel und so da war der soundtrack auch einfach geil ja ja also das underground zwei ist für mich immer noch eins der allergeilsten arcade rennspiele die ich kenne auch was du da an möglichkeiten hat ist dein auto aufzumotzen war ich bin ja also die need for speed teile mochte ich eigentlich immer ganz gerne auch ich glaube need for speed welches war es weiß ich nicht mehr keine ahnung wo du dann auch diese ersten polizeiverfolgungsjagden und so machen konnte ich glaube das war most wanted das war bei mir so nicht glaube noch vorher tatsächlich ich bin mir nicht sicher ist ja auch gut ja hot pursuit war das genau ja und da war es so wo ich schon gemerkt habe so im multiplayer ist das schon ziemlich fetzig irgendwie und dann kam dann irgendwann need for speed underground das fand ich halt mega geil und da habe ich für mich so festgestellt der soundtrack der halbt mich so hoch dass ich mich da sogar hinsetze und die autos tune und dann da noch eine lackierung und da noch eine farbe ändere und keine ahnung was und dann beim rennen dachte ich mir so du siehst den scheiß doch ähnlich weil du so schnell durch die rennen flitzt irgendwie bockt eigentlich null macht null sinn es überhaupt zu machen so aber dadurch dass die ganze zeit diese musik dabei lief habe ich das hat voll ausgereizt ja absolut ging mir genauso ich hatte teilweise irgendwann mehr spaß daran meine autos zu tun als dass ich rennen gefahren bin und es ist wirklich richtig richtig toll gewesen weil wie du schon sagt dass die musik hatte ich so gepumpt ne und ich hätte es glaube ich nicht viel gespielt ohne den geilen soundtrack ja ganz ehrlich sagen weil kann kann sein ich habe mehr zeit beim tunen und so weiter verbracht als in irgendwelchen rennen du hast natürlich irgendwann auch immer diese phasen gehabt wurde so fünf sechs rennen hintereinander gemacht dass irgendwas neues freischalten oder weiterkommen punkte und keine ahnung was aber ich habe mich dann auch immer gefreut wenn ich neue sachen wieder freigeschaltet freigeschaltet habe und dann irgendwie keine ahnung getönte scheiben und und keine ahnung was und dann habe ich wieder voll viel zeit in dieses tuning und umbauen und keine ahnung gesteckt und dann dachte ich mir so hä warum machst du das eigentlich weil ich nie bock auf sowas hatte und dann habe ich aber immer gemerkt wie so mit kopf wippe und keine ahnung immer immer so dabei gewesen bin und dann habe ich mich auch mal gefreut wenn meine lieblingslieder wieder kamen die sind in so einer rotation durchgelaufen und das war einfach immer supergut ja und da merkt man dass man durch oder merke ich für mich dass ein guter soundtrack mich auch teilweise zu spielen bringt die ich so nicht unbedingt spielen würde wenn der soundtrack schlechter oder ganz anders wäre und ich teilweise auch spielfeatures nutze weil der soundtrack während dieser features auch läuft natürlich primär auch während der rennen aber halt in den menüs auch was ja auch nicht so selbstverständlich ist tatsächlich weil quasi derselbe soundtrack wie in game ja und das war einfach eine super gute sache und ohne hätte ich glaube ich nicht diese ganze tuning scheiße und so weiter gemacht weil es eigentlich so ein faktor ist der mich immer sehr nervt und da hätte ich natürlich total viel vom spiel verloren und hätte wahrscheinlich auch das spiel nicht lange gespielt also von daher so ein guter soundtrack der kann mich schon gut abholen muss ich sagen ich muss allerdings ehrlich sagen mit den späteren need for speed teilen wurde dieser tuning aspekt doch deutlich weniger wieder was ich ein bisschen schade fand ich auch einfach ein bisschen platter ja 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 du hast dann du hast das auto hast vielleicht dann motor plus eins motor plus zwei motor plus drei also ich habe dir von außen machen können die neueren habe ich tatsächlich auch gar nicht mehr so gespielt es gibt ja noch eines der beliebteren der letzten jahre ist glaube ich das need for speed heat ja habe ich nie gespielt tatsächlich weil ich mir schon irgendwie dachte so ja wäre mal wieder geil so need for speed aber ich glaube nicht dass der funke überspringt ich glaube ich glaube da wäre auch der soundtrack für mich ein entscheidender faktor weil dieser soundtrack coolness faktor ist da glaube ich nicht so gegeben für mich ja nfs heat muss ich sagen war stabil aber war jetzt war jetzt nicht so die perle okay also wie gesagt nfs u2 war fünf ist immer noch für mich die benchmark das war für mich das geilste nfs spiel und ja da kam noch lange nichts ran okay 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 ich habe einen kleinen sound schnipsel für dich vorbereitet über den ich gerne sprechen würde das ist ja heute sozusagen meine mitgebrachte folge deswegen hast du deine sound schnipsel jetzt auch nicht vorbereitet das muss man vielleicht auch einfach dazu sagen oder eben schon gesagt dass ich zeige dir nachher mal wovon ich gesprochen habe die spiele die ich mir oder die soundtracks zu den spielen die ich mir rausgesucht habe die habe ich wie gesagt vorbereitet ich werde christian jetzt so ein bisschen anspielen was ich meine bei den entsprechenden tracks damit wir gleich so auf gleicher ebene darüber sprechen können ihr werdet sie wie gesagt nicht hören sie sind aber in den folgen ja in der folgen zusammenfassung in den show notes verlinkt und das erste worüber ich mit dir sprechen möchte das kennst du schon das habe ich dir schon mal vorgespielt ja als kleine erinnerungsstütze möchte ich es trotzdem noch mal hervorheben und zwar ist es aus dem divinity original sin 2 soundtrack das rivelon ja das kommt direkt wieder hoch genau also es ist wirklich ein sehr sehr schönes lied genau also ich zeige dem christian mal ganz kurz ja bis gleich so da sind wir wieder für euch ist ungefähr eine halbe sekunde vergangen wir haben jetzt gerade ungefähr eine halbe minute reingehört du wusstest noch welchen track ich meine tatsächlich man hat es ja schon vorher gehört das wusste ich noch es ist es ist doch einfach großartig oder so ein stimmungsvolles lied ist vor allem es es fängt so ruhig an baut sich immer mehr auf und wird dann im mittelteil so richtig richtig episch und das macht das spiel hast du das gespielt nee leider nicht solltest du machen das ist wirklich eines der besten rollenspiele aller zeiten tatsächlich ich habe mal wieder bock auf rollenspiele deswegen denke ich mal werde ich mir das mal zulegen machte richtig bock im koop ich weiß du bist nicht so der group player in solchen spielen wenn du bock drauf hast für pc habe ich es ja keine ahnung egal können wir an anderer stelle darüber sprechen was das spiel an sich sehr sehr gut macht mit seinem soundtrack davon ab dass das ein sehr geiler teil aus dem soundtrack ist ja das spiel baut generell auf bei der charakterstellung suchst du dir ein instrument aus und an verschiedenen stellen des spiels hörst du immer wieder mal so ein bisschen von diesem titel theme des spiels und im verlauf des spiels baut sich das immer mehr auf und du hast als hauptinstrument immer dein ausgewähltes instrument das gibt es quasi also verschiedene also das ist das ist mega gut und es wird halt immer so ein bisschen mehr und das spielt manchmal hier so im hintergrund und hier und da und es wird halt im verlauf des spiels immer ein bisschen mehr bis halt so das komplette ding läuft und das ist halt echt cool was ich an diesem track rivelon heißt das ganze stück sehr sehr cool finde a dass es da auf youtube eine 30 minuten extended version von gibt mega gut die habe ich auch verlinkt oder wenn ich es nicht vergesse werde ich sie verlinken und was dieser track mit mir macht ist so dieses so ein typisches rollenspielgefühl ich will jetzt ein abenteuer erleben und egal was gerade um mich herum passiert es fühlt sich gerade wie ein abenteuer an ja und das ist einfach mega gut ich weiß nicht was das ist in diesem lied aber ich sitze ich grinse gerade voll breit ich merke das gerade wieso meine ist bei mir aber auch ne direkt augen zu und bei mir ne und sofort rein in die olga ja nein also es ist es ist wirklich ein ganz fantastischer track und als ich den das erste mal im spiel gehört habe das erste was ich gemacht habe ist alt tab raus und versucht das lied auf youtube zu finden damit ich es mir direkt unter den favoriten speichern kann weil ich es so geil fand ich habe das glaube ich zehn sekunden oder so gehört ich habe nur gehört wie es so anfängt da habe ich mir so oh fuck geil raussuchen speichern und das war irgendwie so ein moment wo ich mir dachte hä warum hast du das denn jetzt gemacht und im selben moment dachte ich ah ja weil es einfach geil ist okay ja und das das ist so ein track und den habe ich ja damals schon während einer pen and paper runde weiß ich noch hatte ich den mal angespielt so ich glaube bei irgendeiner sehüberfahrt oder irgendwie sowas ich weiß es nicht mehr ganz genau aber da weiß ich noch habt ihr als spielrunde das auch direkt sehr geil gefunden ja ja wir haben es auch noch abends dann nochmal gehört und das war richtig schön also generell der soundtrack im spiel ist wirklich wirklich sehr sehr gut der trägt auch sehr viel stimmung mit aber auch ansonsten kann ich das spiel nur empfehlen divinity original sins 2 mittlerweile in so einer definitive edition enthalten die ich sehr empfehlen würde weil deutlich mehr content noch deutlich deutlich mehr content ja hast du noch ein spiel wo du sagst da ist der soundtrack geil oder soll ich dir direkt das nächste um die ohren schuten schute mir einfach mal was um die ohren ich schute dir was um die ohren bitte nicht ins gesicht nein nein ich bin sehr zielsicher ein titel das ist ein ein ja ein rollenspiel ne quatsch es ist mehr oder weniger ein ein taktik taktik action top down isometrisch strategie shooter keine ahnung ähm ich spreche von xcom terror from the deep die xcom die xcom reihe ist ein ein genre primus wenn es um aliens fallen über die welt ein oder haben sie längst infiltriert und du bist eine äh organisation die sich ihrer erwehren möchte ähm xcom terror from the deep ist allerdings eines der das ist der zweite teil der ganz also die kam ja schon ganz 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 früher ja ähm jetzt vor einigen jahren kam ja wieder xcom und xcom 2 quasi als neuauflage raus aber die meine ich nicht sondern wirklich die von alt von 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 damals wirklich ganz alt okay ähm ich schaue gerade mal terror from the deep aus welchem jahr ist das ähm lass mich kurz schauen 95 für ms dos erschienen ähm das heißt ist schon ein paar jahre alt aha äh systemvoraussetzungen ms dos 5 cpu 386 oder besser ram 4 mb festplattenspeicher 60 mb also nur so als damit wir wissen in welcher zeit wir uns bewegen ja damit ihr wisst in welcher zeit wir uns bewegen 4 mb arbeitsspeicher 60 mb festplattenspeicher ich kann mich an eine zeit noch davor erinnern wo meine festplatte nicht mal 60 mb speicher hatte oh mein gott so was gab es das gab es ja ähm und da gibt es einen track der hat mir ähm das habe ich wirklich gespielt als es relativ neu war also 95 da war ich so pi mal daumen 10 ähm und das war wirklich eine sehr beklemmende drückende stimmung und ähm hier möchte ich aus dem excom terror from the deep soundtrack äh stück nummer 12 die einmal anspielen und zwar heißt der underwater mission stell dir vor du bist ein erkundungsteam das einem signal nach geht und dann mit deinem ja mobilen fahrzeug wo du zum keine ahnung ne so ein kleines shuttle mehr oder weniger bist du unter wasser in deinen raumanzügen die klappe geht auf und du schickst das personal quasi nach draußen um diesem alien vorfall nachzugehen um zu gucken wo sind hier die aliens was ist hier passiert und dann hörst du diesen track also ihr im podcast jetzt natürlich nicht aber äh wir hören uns gleich wieder so da sind wir wieder scheiß ja was ist so dein erster eindruck beklemmend ja also dieser soundtrack äh passt sehr gut wenn ich mir die Szenerie vorstelle und dieser soundtrack dazu das ist so scheiße was ist hier los es ist es ist so eine beklemmende Stimmung äh natürlich auch noch ne äh mit der mit dem Detail äh du hast eine unter Wasser Mission ne und ähm du hast das Gefühl irgendwas passiert irgendwas passiert hier jetzt in den nächsten Sekunden ich wette irgendwas taucht jetzt auf ne was was sich total packt ja und was was ich daran so wirklich ähm sehr atmosphärisch finde ist dass also ähm die für diejenigen die sich jetzt nicht da reinklicken und den Track vielleicht nicht kennen ähm es sind halt vorwiegend tiefe Töne tiefe relativ bassige Töne die auch sehr in die Länge gezogen sind also so ein und man hat so das Gefühl stellenweise das hört gar nicht mehr auf wie lang geht denn das jetzt noch und genau in dem Moment wo du dich so ein bisschen drin verliess kommst dieses wieder so dieser Bruch da drin das immer so oh wachsam bleiben Achtung so und das mochte ich schon sehr gerne und das 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 war tatsächlich ähm ein Soundtrack der mich richtig gepackt hat damals okay und dieser Soundtrack hat tatsächlich dafür gesorgt dass ich dieser XCOM Linie bis heute treu geblieben bin und sie wirklich sehr sehr schätzen gelernt habe das ist total faszinierend weil ich denke immer wenn ich an XCOM denke denke ich an genau diesen Track weil der hat mir damals meine Buchsen gefüllt weil ich wirklich Schiss hatte also mit meinen knapp 10 Jahren vielleicht war ich auch 11 ähm es war wirklich beängstigend aber ich hab's trotzdem gespielt also es war für mich wirklich ein Horrorspiel es war wirklich fucking gruselig ich glaube ich hab da auch nie viel geschafft irgendwie weil ich immer an diesen Missionen verzweifelt bin weil ich irgendwann ausgemacht habe weil ich wirklich Schiss hatte ähm aber wer diesen Soundtrack gehört hat weiß vielleicht auch warum also das hat mich wirklich das hat mich wirklich gut gepackt und das mag ich tatsächlich sehr sehr gerne weil daran merke ich wie gesagt immer dass so ein Soundtrack eine immense Wirkung auf mich hat das geht auch nicht allen so ich hab ich hab ja auch Leute in meinem Freundeskreis Grüße gehen raus an Jan die einen Soundtrack teilweise überhaupt gar nicht wahrnehmen also die wirklich und da bin ich jedes Mal am verzweifeln beim lieben Jan ich krieg da immer regelmäßig die Krise ähm weil achso ja da war Musik achso ja welche Musik ja ja höre ich mir vielleicht nochmal an so oder einfach so ganz oder zwar wahrnimmt ja da ist Musik aber irgendwie gar nicht so diese stimmungsvollen Nuancen oder so raus oder so diese kleinen Details drin wo ich mir denke oh geil das haben sie eingebaut so ein kurzes Pling 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 oder irgendwie so ja Musik war bestimmt an so ja kann sein so dann dreh ich durch ne weil ich bin ja wirklich so ein Soundtrack lieb aber ich mag den Jan auch total gerne aber es ist so da denk ich mir immer so oh wie kann man das nicht hören warum wie verdammt appreciate this shit bitch ja also das ist so also warum warum kann man ah werde ich unruhig wo wir jetzt gerade bei einem etwas älteren Spiel beziehungsweise bei einer Spielereihe sind ähm da fällt mir jetzt äh ad hoc auch ähm die Serie Command & Conquer ein ja gute Soundtricks im speziellen äh ich glaube es war der zweite oder dritte Teil wo du wirklich so so eine stampfende Musik hattest äh zwischendurch hast du äh quasi im Hintergrund äh äh ein General der geschrien hat äh auf dem Schlachtfeld ne und seine Leute animiert hat äh die dann auch geantwortet haben und sowas ne das war so so ein ja äh wenn ich das jetzt mit irgendwelchen Musikprojekten äh beschreiben sollte ähm für 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 manche die die kennen Wumpscut oder Patenbrigade Wolf Gesundheit äh die das ist so mehr aus dem Gothic Elektro-Bereich und äh das oder Laibach ne Oh ja Laibach finde ich aber sehr cool ne so ähnlich also das daran hat es mich erinnert genau ne daran hat es mich immer äh stark erinnert und es würde mich nicht wundern wenn die auch ihre Finger im Spiel gehabt hätten bei irgendeinem der äh Teile von Command & Conquer ne weil das halt auch ähm wie gesagt stampfende Elektrorhythmen äh leichte Gitarren mit äh Gitarrenriffs mit äh da drin und ähm generell dieser militärische Flair den es dann versprüht hat okay das äh verstehe ich auf jeden Fall es gibt so ein paar Sachen die ähm also ne ich muss alles ansetzen ich finde dass man mit so einem Soundtrack auch sehr gut eine Stimmung in eine bestimmte Richtung lenken kann natürlich also sei es jetzt bedrückend oder sonst irgendwas aber ich finde durch eine gewisse ähm wie heißt es durch eine gewisse Konstruktion dieses Soundtracks oder Komposition in dem Fall vielleicht sogar eher ist es tatsächlich so dass du auch einen gewissen Eindruck erzeugen kannst also ich finde so durch ich bin jetzt kein Musikexperte aber du du merkst halt sehr schnell wenn etwas militärisch klingt sag ich mal durch so diese Drums und so Trompeten und so weiter hast du halt sehr schnell das merkst du zum Beispiel im Battlefield Soundtrack ja ähm da hast du wirklich einen Soundtrack wo du denkst okay das ist jetzt hier gerade patriotischer Krieg so ähm damit meine ich jetzt nicht das Battlefield Theme an sich es gibt ein ähm von Battlefield 2 ist es glaube ich oder von 1942 gibt es so ein ähm Military Theme Mix irgendwie sowas und da denkst du sofort japp das ist Battlefield und japp das ist der Sound des Krieges wenn also wenn du es als Musik darstellen willst irgendwie und das finde ich finde ich faszinierend und das ist glaube ich genau das was du sagst bei Command & Conquer haben sie es oft geschafft ähm da so einen Track reinzubauen der dich richtig catcht absolut und das fand ich auch sehr gut beim Command & Conquer Remake dass du da auch auf die klassische oder die überarbeitete Version äh umswitchen konntest weil das ist natürlich dann ein großer Faktor für die Nostalgie Fans also von daher sums up very good decision boys ähm ja ich hab das nächste für dich mein Lieber ja ähm ja ich weiß nicht ja okay gehen wir mal ein bisschen klassischer das geht jetzt nicht so in die in die Richtung von einem klassischen Spiele Soundtrack aber denk mal an die Grand Theft Auto Spiele dort hast du ja das ominöse Autoradio ja und in den GTA Spielen kriegen wir ja etwas was jetzt nicht dem klassischen Soundtrack entspricht sag ich mal von ähm ich komponiere etwas für ein Spiel um da gewisse Stimmung rüber zu bringen aber dennoch wird ja eine Stimmung rüber transportiert und zu den komponierten Sachen wollte ich noch was sagen du hast ja vorhin gesprochen von den Tony Hawk Spielen richtig das sind ja in der Regel auch Lieder gewesen die es außerhalb von Tony Hawk schon gegeben hat ähm was da der große Vorteil ist Tony Hawk ist ein Spiel wo du eigentlich keine Dialoge und so weiter hast und auch nicht nur so Instrumentaltracks laufen lassen kannst sondern auch wirklich diese kompletten Lieder mit ihrem Gesang und Pipapo und das richtig das hat mich damals wollte ich eben noch gesagt haben das hat mich damals auch wirklich gehypt weil du irgendwie so eine andere Stimmung von Lied mal hattest weißt du nicht nur musikalische Untermalung sondern da lief einfach geile Mucke ja du konntest quasi auch noch mitsingen wenn du wolltest ja mehr oder weniger du nicht genau ähm wir hüpfen mal rein jetzt in einen meiner Lieblingstracks aus einem meiner liebsten GTA Teile nämlich GTA Vice City vom Setting her auch einfach richtig gut ja ähm davon würde ich mir ein technisch technisch aktuelles Remake tatsächlich mal wünschen ich glaube es ist auch das letzte GTA was ich wirklich gezockt habe ähm das fände ich wirklich richtig gut und zwar einfach mal einen meiner Lieblingstracks du wirst ihn auch kennen aber das ist für mich Typ also wenn ich das höre egal in welchem Kontext denke ich auf jeden Fall an zig Missionen in GTA Vice City weil das war eins der Lieder die bei mir immer liefen wenn ich das im Radio gehört habe da lief ja immer diese Radiostation durch ja das ist richtig und wenn das lief habe ich nicht die Radiostation geswitcht oder nicht was du ja auf dem PC machen konntest auf deinen MP3 Radio Player ja du konntest ja quasi einen Ordner mit ganzen MP3s vollpacken und hast deine eigene Lieder dann da drin ähm sondern den habe ich immer gehört wenn der kam wir hören mal rein und die Hörer hören uns dann gleich wieder so da sind wir wieder wieder für euch nur ungefähr eine halbe Sekunde vergangen wir haben es jetzt fast in eine Minute geschafft ich habe gerade angespielt von A Flock of Seagulls I Ran So Far Away das lief bei GTA Vice City auf dem Radiosender Wave 103 richtig A Flock of Seagulls habe ich auch privat sehr viel gehört ne weil das halt auch sehr oft auf so Gothic und Wave Parties lief ne und das war für mich oder das ist für mich so ein richtig richtig geiler eingängiger Song ne du kriegst direkt so 80er Vibes ne jeden Fall du hast so Miami Vice vor dir original und deswegen sage ich dieser Track ist für mich so original 100% GTA Vice City das holte ich absolut sofort 100% ab weißt du und da da auf so einem in so einer Karre rumfahren irgendwie da so am am Strand langfahren in deinem Testarossa und keine Ahnung was und einfach mega gut und das ist diese Besonderheit bei den mega mega ey mega ja Herr Bohlen ist ja ruhig die da ist es die da die da die da oder die da was ist passiert was hast du genau das war Thomas aber jetzt ist er anders okay oh Gottes Willen ey also das ist die Besonderheit bei den GTA Soundtracks dass es da im Prinzip ja ganz normale Lieder aus dem Radio gab ja und fand ich auch super geil bietet sich bei einem GTA ähnlich wie bei einem Tony Hawk auch an weil du halt außerhalb der Missionen wo jetzt mal so Dialog ist von der Missionsgeber und so weiter halt auch keine großen Dialoge hattest außer du hast jetzt warst jetzt mal mit einem befreundeten NPC unterwegs und der hat irgendwelche Dialoge da rausgehauen und so weiter ja ansonsten war das halt eine richtig geile musikalische Unterstützung und gerade durch gerade durch diesen Soundtrack bei Vice City kam dieses 80er Flair auf jeden Fall richtig geil rüber fand ich nicht nur weil du viele Lieder hattest die du teilweise aus deiner Kindheit kanntest oder die auch auch jetzt für uns noch so als keine Ahnung die besten Tracks der 80er so weißt du diese Schiene die sind so alt die man einfach sehr schätzen gelernt hat über die Jahre weil man natürlich auch irgendwie viel Erinnerung damit verbindet und so weiter aber dieser Soundtrack ganz speziell aber generell die Soundtracks in den GTA Spielen bringen da so viel Stimmung rein und was ich da halt geil finde sie haben nicht einfach Lieder aneinander gereiht sondern sie haben ja wirklich eine thematisch abgepasste Radio Station draus gemacht es gab ja dann irgendwie keine Ahnung immer so um die 8 bis 10 Radiosender oder so Pi mal Daumen geschätzt und jeder Radiosender hatte ja wirklich ein eigenes Thema und das fand ich halt geil es liefen dort entsprechende Musikstücke das heißt wenn du Bock auf so ein bestimmtes Genre oder so hattest hast du halt auch immer diesen Radiosender angeschaltet ich habe immer Klassik laufen lassen und das finde ich halt oh der Intellektuelle lässt Klassik laufen während er mit dem Snipergewehr einen Bankraub begeht das ist jetzt eine Lüge weil außerhalb des Autos hast du nichts gehört das ist das ist wohl wahr nein aber dieses Konzept da wirklich so eine Radio Station draus zu machen fand ich halt super cool weil du hattest zwischendrin ja auch immer so diese typischen News Bits wo dann irgendwelche ja wenn du bestimmte Story Fortschritte gemacht hast und so weiter hast du es ja teilweise auch mit diesen Ereignissen in die News geschafft das fand ich halt ganz cool dass es so ein bisschen situativ sich auch so abgeändert hat von diesen Einspielern dass nicht nur so eine Playlist durchgelaufen ist mit so bestimmten Bits and Pieces sondern dass da noch mal keine Ahnung großer Überfall in der so und so Bank und keine Ahnung was Unbekannte sind geflohen keine Ahnung was und du hast halt vor einer halben Stunde diese Mission gemacht oder so das fand ich halt immer mega gut das war in den späteren Spielen mehr als in den früheren tatsächlich aber das mochte ich immer sehr gerne und auch einfach so so Talkshow Komponenten die halt auch immer super humoristisch angehaucht waren wo wenn man da wirklich mal so wirklich zugehört hat einfach so lustige Gespräche statt gefunden haben oder auch so so Werbeclips und so weiter wo Werbung für irgendwelche Produkte gemacht worden ist wo du dich teilweise pisst hast vor Lachen wenn du da einfach nur mal zugehört hast und das für so ein Spiel wo du eigentlich einen kompletten Scheißdreck drauf geben kannst wenn du nicht hinhörst aber einfach enorm viel Humor und Spaß verpasst an diesem Spiel deswegen habe ich auch ganz selten wirklich mal so eigene MP3s da reingemacht ich habe es ja immer auf dem PC gespielt da war eigentlich in mehr oder weniger jedem GTA ab GTA 3 die Möglichkeit dazu gegeben und für mich war es einfach immer so mega stimmungsfördernd diese Soundtracks zu hören bist du eigentlich so ein GTA Spieler tatsächlich nicht also das letzte das Vice City habe ich noch gespielt also ich habe GTA 1 und 2 gezockt und das Vice City aber ich wollte es mal mit GTA 5 probieren habe auch so eine Stunde auf drei da reingesteckt aber es hat mich absolut nicht abgeholt irgendwie waren GTA 5 und ich nicht kompatibel ich sehe auch mittlerweile ist es ja soweit dass das mehr so Rollenspiel Charakter Züge annimmt das Leute das GTA online also der Online Ableger davon quasi der mit GTA 5 gekommen ist der ist halt sehr beliebt für GTA Online RP mäßig Kram ja genau sehr viel Rollenspiel und das fand ich doch irgendwie ein bisschen ja nicht verstörend aber schon so ein bisschen okay gut ja whatever kann man machen ist halt scheiße aber kann man machen ja genau genauso wie ich habe auch das Spielprinzip von Rust zum Beispiel auch nie verstanden überleben ärgern wenn Leute deine Sachen klauen oder dich töten und dir seine Sachen kaputt machen und dann war es das eigentlich auch schon ja egal ich komme auch nochmal gerade wieder zum eigentlichen Thema zurück zu Soundtracks weil mir ist jetzt gerade zum Beispiel eingefallen ich muss leider wieder aufs Final Fantasy Franchise früher oder später landen wir immer beim Blitzball nein noch nicht noch nicht beim Blitzball sondern wir nehmen zwei Teile davor und zwar den achten und zwar gibt es eine Szene wo der Hauptcharakter mit einer Dame im Weltall quasi herumschwebt weil eine Raumstation explodiert ist und die beiden treiben jetzt im All herum und er versucht sie zu retten und dabei landen sie auf einem Raumschiff die Ragnarök und die beiden sind alleine und es entwickelt sich eine recht romantische Szene sie offenbart ihm quasi was sie fühlt und er eher so der gefühlskalte Typ und im Hintergrund läuft eine der Titelmusiken ich weiß sogar noch dass der Titel All Eyes On Me heißt du kriegst nicht genug vom Mindcast auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich werde auch du Supporter vom Mindcast und ich muss tatsächlich sagen ich bin ja was das angeht eigentlich eher so ein ja romantischer Stein eher so ein Felsbrocken aber dieses Lied hat für mich so viel transportiert es hat diese Szene wirklich sowas von extrem aufgewertet sodass ich auch zwischendurch Pipi in den Augen hatte ich habe es letztens sogar bei einer Streamerin nochmal gesehen die das Spiel gespielt hat die kam zu man kam zu der Szene und ich hatte direkt wieder so dicken Frosch im Hals tatsächlich also dieses dieses Lied hat so viel transportiert zusammen mit dieser Szene das ist einfach das finde ich aber auch faszinierend so geht es mir in Serien und so weiter auch sehr oft ich finde es richtig krass wie dieses Zusammenspiel so funktioniert aus eine emotionale Szene sei es jetzt Wut Action episch oder sonst irgendwas einfach wo wo mit deinen Gefühlen in irgendeiner Weise gespielt wird oder wo sie einfach so ein bisschen herausgefordert werden kommt endlich raus und zeigt euch ihr Tränen oder ihr was weiß ich und ich krieg mir auch noch dass das teilweise so gefühlt multipliziert wird durch den einfach in diesem Moment passenden Soundtrack garantiert auch so ein Lied dass man sich so normalerweise nie angehört hätte oder wo man sagt das ist nicht mein Ding irgendwie aber in Kombination mit einer Szene die man gerade extrem feiert oder in irgendeiner anderen Weise emotional damit beschäftigt ist dass das so hart gekoppelt wird dass man auch Jahre später noch sofort wenn man das hört so diese Erinnerung daran hat dass das finde ich wirklich mega gut und auch das zeigt wieder einfach diesen krassen ja krassen Aspekt wie wie stark das also also wie stark das sowas beeinflussen kann und das das finde ich wirklich wirklich faszinierend denn das ist es ist ja mittlerweile sogar so dass viele ja viele große Spiele mit guten Soundtracks oder oder Soundtracks die wirklich sehr populär werden auch wirklich mittlerweile von diesen ganzen YouTube Content Creators und so weiter gibt es ja auch verschiedene im musikalischen Bereich wirklich richtig geniale Cover Version kriegen also wo die Grundversion schon geil ist aber das Lied schon alles so feiern dass irgendwann die Künstler anfangen ihre Cover Version davon rauszuhauen und davon ab dass ich die Cover Version teilweise auch astronomisch gut finde ich weiß dass du auch viele Covers sehr gerne magst generell von Liedern hat man ja auch schon eine Folge zu genau und jetzt stell dir mal vor du hast so einen Spiele Soundtrack der dir wirklich jedes mal wieder Gänsehaut reinbringt und dann hast du plötzlich also ich weiß nicht mehr genau woher das war aber ich weiß noch dass ich mal so ein Lied hatte das von einer weiblichen doch ich glaube es war tatsächlich Skyrim und eines der Lieder dort standardmäßig von einer Frau gesungen im Soundtrack ja gab es dann auch ganz schnell weibliche Cover Version von und dann habe ich aber mal eins gesehen das gleiche Lied aber von einem Mann gesungen mit einer richtig krassen tiefen Stimme also so richtig so richtig gut und obwohl das halt von dieser Akustik so komplett in eine andere Richtung ging durch die wirklich krass andere Stimme hat mir das sofort so eine Pelle auf den Arm gezaubert ja mega gut also manchmal auch dieses Gender Swapping was was so Soundtracks angeht die gesungen sind mega mega geil also da kann auch richtig viel Stimmung drin stecken und aus Skyrim würde ich dir ganz gerne tatsächlich noch was vorspielen The Dragonborn Cups genau tatsächlich ja aber aber auch ein Cover dazu okay weil das genau das ist wovon ich sprechen wollte und zwar jetzt für dich also einmal und auch für euch verlinkt The Song of the Dragonborn aus Elder Scrolls 5 Skyrim und direkt im Anschluss danach und darunter verlinkt für euch ein Cover und da sind wir auch wieder ihr werdet euch langsam verarscht vorkommen weil ihr hört so jetzt ja und jetzt sind wir wieder da ja so und jetzt sind wir wieder da genau und ich habe eine Pelle genau ich habe eine richtige Pelle also sind ungefähr jetzt drei Minuten vergangen für uns für euch nur ein paar kurze Augenblicke ich habe dem Christian gerade gezeigt das Original Skyrim The Dragonborn Comes dann ein Chor und Orchester Konzert mit demselben Theme und danach von der Sabina Zweiacker gesungen mit Hilfe des Swedish Radio Symphony Orchestras dasselbe Ding nochmal ja was sagst du also du hast das die Grundversion kennst du ja und wahrscheinlich auch die eine oder andere Cover Version davon ist das Internet ja voll mittlerweile ja eine meiner Lieblingsbands hat das auch gecovert Equilibrium ah ok das kenne ich glaube ich tatsächlich noch gar nicht ja was also davon ab dass es ein geiler stimmungsvoller Track ist was was sagst du so so generell also was ist was ist für so eine Stimmung die es in dir erzeugt das ist einfach ich möchte gerade auf einem Drachen reiten oder ich möchte gerade einen Drachen erlegen je nachdem ich möchte auch quasi mit meiner Axt um einem Schwert oder Schild oder was irgendein durch Horden von Gegnern durchfetzen ich habe auch glaube ich gerade so einen halben Millimeter Bartwuchs bekommen durch das Lied ich fühle mich direkt ein bisschen wie ein Bär ja 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 ich sehe schon es läuft auch dein Hals runter bis zur Brust nein das ist gelogen ich habe jetzt nicht spontan einen Wikinger Bart bekommen genau den habe ich ja aber das ist genau das was das ja auch transportieren soll der Dragonborn ist ja quasi der der Held in Skyrim du bist als Spieler der Dragonborn ein Drachengeborener der quasi die Seelen der Drachen in sich aufnehmen und dadurch seine Drachengeborenen Kräfte erhalten kann sag ich mal und dann so Drachen die Drachensprache diese Drachenschreie machen kann und so weiter Fußroda Fußroda genau und ja das ist ist schon episches Ding was ich anhand dieses Beispiels exemplarisch einfach mal aufzeigen möchte ist dass Spiele Soundtracks nicht einfach nur Spiele Soundtracks sind schon seit vielen Jahren nicht mehr also nicht nicht irgend so ein bisschen Keyboard geklimper was irgendwo im Spielestudio gemacht worden ist also von so Cover Versionen jetzt mal abgesehen werden enorm viele Soundtracks mittlerweile wirklich mit Orchestren aufgenommen ja ist das das richtige Plural für Orchester ich glaube schon mit einem Orchester oder mehreren schön drum herum geschippert man muss nur wissen wie man dem Eisberg ausweicht und das finde ich faszinierend und das ist ja auch was worüber es oft Diskussionen gibt wenn es zum Beispiel um diese Hakenkreuz Diskussion geht hey wie kommen wir jetzt von Musik zu Hakenkreuz ist ganz einfach hör zu stay with me stay a while and listen das ist eine einfache Sache übrigens auch geiler Soundtrack Diablo es ist eine sehr sehr einfache Geschichte wenn du in diese Hakenkreuz Diskussion reingehst und in Filmen Beispiel Indiana Jones ist es ja erlaubt diese Hakenkreuze zu zeigen die dürfen in Deutschland auch so gezeigt werden so weil Film gleich Kunst wegen der Thorik nee 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 weil Film gleich Kunst ach deswegen künstlerische Darstellung ja in Spielen bitte rausschneiden weil Spiel nicht gleich Kunst und für mich immer noch nicht nachvollziehbar genau das ist einfach so ein deutsches Ding irgendwie dass es immer noch nicht als Kunstform anerkannt wird warum auch immer da steckt so viel Kreativität drin das müsst ihr in der letzten Depp erkennen aber okay das ist jetzt eine Diskussion die würde glaube ich heute zu weit führen worauf ich eigentlich nur hinaus möchte ist dass von der ganzen kreativen Arbeit was Story und so weiter angeht mal ganz abgesehen wenn man sich jetzt überlegt da ist ein Spiel also wie dann viele sagen würden das ist ja nur ein Spiel ja du rennst da rum haust auf Drachen und sammelst Loot sag ich mal wenn wir jetzt bei Skyrim einfach mal bleiben aber der fucking Soundtrack wurde von einem Nationalorchester eingesungen und eingespielt da sitzen ein Arsch voll Leute Profis in ihrer in ihrem Job international bekannt kriegen wahrscheinlich ein Gehalt wie nichts Gutes Auftritte im internationalen Fernsehen sonst irgendwas sind für große Filme für die Soundtracks zuständig und so weiter und dann machen die nur ein Spiel ja und das ist einfach ein Soundtrack der dir eine scheiß Pelle an deinen ganzen Körper zaubert absolut du hast gefühlt an deiner Hornhaut hinten am Fuß hast du noch eine Gänsehaut weil es einfach so eine krasse Stimmung übermitteln kann und dann einfach zu sagen ne ne Spiele sind keine Kunst ne ne versteht ne ne fühl man sich so ein bisschen verarscht kann ich persönlich nicht nachvollziehen aber wie gesagt die Diskussion würde jetzt heute glaube ich zu weit führen aber das können wir irgendwann mal machen können wir sehr gerne mal machen wenn ihr Bock drauf habt schreibt es uns als Feedback über www.mindcast-podcast.de slash Feedback oder über Instagram oder in unserem Community Discord top secret aber geil geil Mann genau danke Patrick scheiß und ich finde es einfach so faszinierend er bricht halt einfach komplett ab ich muss den Patrick irgendwann mal kennenlernen glaube ich ich wollte gerade sagen wir machen ja sowieso bald mal wahrscheinlich ein Dreier also eine Folge zu dritt er hat sich ja schon für ein paar weitere Themen interessiert okay ja es ist einfach ich finde es ist einfach krass was da teilweise für eine Energie in so Spiele Soundtracks auch reingesteckt wird sei es jetzt einfach von der von der Personalenergie sprich da ist ein ganzes Orchester engagiert und da stecken ja auch viele Proben drin bis das dann läuft und keine Ahnung was und es gibt ja auch seit Jahren schon diese Gaming Gaming Soundtrack Konzerte wo dann live von einem Orchester oder so diese Game Soundtracks gespielt werden alter ich würde so gern mal zu so einem Ding hin ich bin halt ich komm mit ich bin halt wie gesagt nicht so ein Eventmensch der irgendwo hingeht mit riesen Publikum und keine Ahnung was haben wir schon mal drüber gesprochen ist halt wirklich nicht so mein Ding aber das und das und dann noch vielleicht die geilsten Soundtracks die da eh schon eine Pelle auf die Haut zaubern und dann live von einem Orchester gespielt fuck my life also das ist so ein Ding irgendwann irgendwann auf jeden Fall mal ein Nessen over 9000 ein Nessen Deluxe genau also da würde ich glaube ich eine Pelle kriegen die glaube ich eine Woche nicht mehr weg geht laufe ich einfach rum wie so eine Tiefkühlente oder so keine Ahnung Dauergrinsen wie der Joker ja warum bin ich so serious ja und das ist so ein Beispiel wo ich sage da steckt so fucking viel drin und dann gibt es noch so ein krasses Gegenteil ok auch ein Soundtrack den du schon gehört hast bei mir weiß ich weil wir das Spiel mal angespielt haben bei mir da gibt es die Band Low Roar ich kann es leider nicht gut aussprechen also L-O-W R-O-A-R Roar 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 I eat my meat fucking Roar also also Roar wie das Brüllen eines Löwen zum Beispiel das ist eigentlich so ein kleiner Indie Klumpen dann hat sich Hideo Kojima aber irgendwann gedacht ja nö fände ich ganz geil da so ein paar Soundtracks in meinem overhypten Spiel oder übermäßig gehyptem Spiel Death Stranding einfach mal einzubauen ja und das sind ja bei Death Stranding wird der Soundtrack ja so eingesetzt dass du lange Zeit oder über weite Stellen gar keinen Soundtrack hast keine Musik aber immer in diesen Passagen wo du so weite lange Strecken zurücklegst oder so eine abenteuerliche Exkursion über irgendein Gebirge gerade wachst und so weiter da setzen diese Soundtrack Schnipsel ein und sie sind meiner Meinung nach so fucking stimmungsvoll das ist und unter dem Clip den ich mir ausgesucht habe gibt es auch einen einen geilen Kommentar drunter von Stefano Antonio de Rinaldis und er sagt so so im Meme Format Low Raw I make Indie Music Kojima I'm about to boost this whole man's career indem er einfach die Musik so in sein Spiel reinpackt und alle einfach voll drauf abgehen weil viele diese diese Künstler aus dem Soundtrack sind ja verschiedene tatsächlich erst über das Spiel entdeckt haben und ich muss auch sagen ich bin seitdem Fan einiger dieser Tracks und Bands mega mega gut und das Ding möchte ich einfach mal ganz kurz hier anspielen wir hören uns wieder in einer halben Sekunde bis gleich so da sind wir wieder ich bin echt gespannt wie sich das nach dem Schnitt anhört wenn ich die Musik rausgeschnitten habe das muss ich ganz ganz merkwürdig anhören als Zuhörer aber ich hoffe ihr habt Verständnis dafür dass wir dieses Stilmittel heute gewählt haben damit wir zumindest einen Teil der Sachen beide gehört haben tatsächlich auch denn es geht ja letztendlich um die Stimmung die transportiert wird und ich möchte natürlich auch dass der Christian diese Stimmung ein bisschen transportiert wird das hast du gerade oh ich habe Stimmung Don't Be So Serious gehört von Low Roar was sagst du absolut passend zu diesem Spiel wenn ich mir vorstelle du bist quasi unterwegs in einer Einöde und dieses Lied fängt so langsam an zu wummern trägt eine eher drückende Stimmung wobei ich kann es nicht ganz in Worte fassen ob es eher eine drückende Stimmung ist oder eine eher leise melancholische aber dennoch so ein bisschen hoffnungsvolle Stimmung transportiert ist für mich schwierig einzuordnen also melancholisch glaube ich auf jeden Fall ja also melancholisch definitiv aber dadurch dass es später auch so ein bisschen schneller flotter wird würde ich sagen ist auch so ein bisschen was hoffnungsvolles mit drin beim Spielen selbst also du hast es bei mir ja nur mal kurz gesehen also ich hab's ja schon ein paar Stunden selber gespielt leider nie besonders weit gespielt irgendwie weil immer was anderes dazwischen kam und es dann irgendwann auch so ein bisschen ja mein Interesse auch verloren hat obwohl ich es eigentlich sehr interessant finde bei mir hat das Lied beim Spielen oder generell so der Soundtrack eigentlich immer so ein ja so ein bisschen so ein antreibendes Gefühl ausgelöst also so dieses ja ich schaff das ich komm zum Ziel egal wie schwierig die Hürden jetzt sind oder teilweise auch bei so unwegsamem Gelände was einfach manchmal ein bisschen nervig ist zu überqueren war das dann auch so ein bisschen Motivationsfaktor tatsächlich so ein bisschen wie die Jogger mit dem Discman irgendwie so früher weißt du so oder womit macht man das heute mit den Earbuds und keine Ahnung was ja wie machen das die jungen Leute heutzutage bei diesem Sport ich hab da mal vorgehört dieses Sport ja ich weiß auch nicht das ist eine Zeitschrift oder ja nein und das das war war auch eine ganz interessante Stimmung die ich da so rausgefühlt habe für mich weil es für mich immer so dieses eher antreibende war wie gesagt so dieses schon man merkt so ja du bist jetzt hier irgendwie schon auf einsamem Feld ja eigentlich Mutterseelen allein aber das war sehr punktuell auch immer eingesetzt in dem Spiel so wie ich es bisher erlebt habe und das hat für mich immer einfach einfach wie Arsch auf einmal gepasst in der Situation es war einfach perfekt ja und dann hast du über weite Teile wieder gar nichts und gehst nur und marschierst und keine Ahnung und guckst wo ist vielleicht der beste Pfad für dich und dann bist du wieder unterwegs und irgendwann setzt wieder so ein Track ein und mega gut also das ist wirklich wirklich sehr akzentuiert gesetzt und für mich war es bis jetzt immer jedes Mal einwandfrei passend und die Auswahl großartig und das sind auch wirklich viele Lieder die ich auch außerhalb vom Spiel jetzt einfach mittlerweile hin und wieder einfach höre so in der einen oder anderen Playlist habe ich da Lieder mit drin und gefällt mir einfach sehr sehr gut hast du noch ein gutes Beispiel für Soundtracks aus Spielen wo du sagst das sind vielleicht auch Soundtracks durch die du dich sehr episch gefühlt hast ich finde das kann ja auch manchmal so ein tragendes Erlebnis sein weißt du so dass der Soundtrack dich so ein bisschen wie so ein Held fühlen lässt nicht direkt wie ein Held aber wir hatten es ja gerade angesprochen mit dem Blitzball ihr seht was ich meine früher oder später ich muss leider drauf kommen weil es für mich das allererste Mal war wo ich bewusst einen Heavy Metal Song in einem Spiel gehört habe eine weitere Bestätigung für mich dass ich insgesamt gefühlt glaube ich selbst 5 Minuten Blitzball gespielt habe und dieses Lied wahrscheinlich nie gehört habe du müsstest es gehört haben wenn du Final Fantasy 10 gespielt hast weil es kommt quasi so ziemlich zum Anfang wo der Hauptcharakter in dem Blitzball Stadion dann kenne ich es aber ich habe es gerade nicht vor dann ist es nicht hängen geblieben okay ich weiß der Track heißt The Other World und das ist einfach dieses erst ist es wirklich super still und dann auf einmal baut sich dieses Blitzballstadion auf und die Musik setzt ein mit richtig harten Riffs und treibenden Drums und es ist einfach dieses dieses stampfende treibende da habe ich so richtig richtig Bock auf das Spiel gekriegt und das Schöne ist dieses Lied läuft nicht nur am Anfang sondern auch in einem der Bosskämpfe und das das ist das Geile und ich dachte mir so während des Kampfes JAS 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 das ist mega du hast da jetzt Bock dem sowas von auf die Fresse zu hauen dieses Lied unterstützt dich dabei so richtig gut stimmungsvoll und den reiße ich jetzt auseinander oh ja genau und ich habe mir das Lied auch öfters einfach außerhalb des Spiels so oft angehört ich muss allerdings gestehen ich habe immer wieder Probleme mir den Text wirklich oder den Text wirklich zu hören scheiß drauf auf die Fresse genau weil es ist einfach wenn ein Japaner Englisch spricht und dann auch noch in growlender Weise dann verstehst du nur noch the other world awaits you finde ich irgendwie auch lustig in dem ein oder anderen Anime Intro wenn ihr die ganze Zeit auf Japanisch singt und dann kommen so Sachen wie hello my friends hello my friends so zwischendurch dann immer das finde ich immer richtig weird ja aber das ist tatsächlich sehr üblich in der japanischen Popmusik sagen wir es mal so oder Pop und Rockmusik damit man zumindest ein bisschen was versteht als Westerner wahrscheinlich es gibt ich habe ja gerade gefragt so mit Richtung episch und so weiter du hast jetzt gerade gesagt so voll auf die Fresse ja ich habe ein Beispiel noch für dich aus einem Spiel in dem ich sehr viel Zeit verbracht habe ja World of Warcraft ok habe ich tatsächlich nie gespielt das habe ich mir gedacht das war mit ein Hauptgrund warum ich angefangen habe diese Sound Schnipsel für heute raus zu suchen damit du auch einen akustischen Eindruck hast und zwar gibt es ja dort verschiedene Städte und Orte und so weiter und der Soundtrack ist recht mannigfaltig über die Jahre geworden weil natürlich auch viele Gebiete dazugekommen sind und es gibt für die Hauptstädte sage ich mal diese Themes die quasi das diesen Ort akustisch darstellen und die Gebiete haben dann so diese diese typischen Ambience Tracks wo das mehr so ein bisschen Umgebungsgedudel ist und diese Hauptstadt Dinger die sind halt ein bisschen bisschen direkter sage ich mal die sagen so hier ist jetzt auch wirklich Hauptstadt also jetzt nicht Autos und Hupen und so sondern es ist halt alles ein bisschen größer angelegt und einer meiner Lieblings Tracks ist tatsächlich aus der menschlichen Hauptstadt Stormwind beziehungsweise Sturmwind im Deutschen und wenn du in diese Stadt reinkommst musst du dir vorstellen das ist erstmal so eine graue Burgzinne sage ich mal dann so ein Burggraben und du gehst über so eine Brücke durch so einen Torbogen hindurch und dann kommt noch eine Brücke die quasi dann in den eigentlichen Stadtbereich führt und links und rechts an dieser Brücke säumen ehemalige Helden der Menschen quasi als Statuen als große Statuen diesen Weg sozusagen und das ist so dieses du gehst so das betrittst du das erste Mal diese Stadt und das läuft natürlich auch zu späteren Zeitpunkten aber so beim allerersten Mal dachte ich mir so wow warm das Bein hinunterläuft ja genau also hier für dich das Sturmwind City Theme und ja wir hören uns gleich wie immer bis gleich so da sind wir wieder ich muss noch kurz hinzufügen ich habe als Kontrast dazu eben noch das Iron Forge Theme also Eisenschmiede die Zwergenhauptstadt gezeigt weil du mit WoW so gar nichts anfangen kannst beziehungsweise da gar keinen Kontext hast ja ja was was sagst du zum Sturmwind Theme beziehungsweise was war so dein dein Eindruck brutal episch brutal episch davon ab dass die ersten Sekunden auch sehr laut waren ja das war so voll in die Fresse nein das ist wenn ich mir vorstelle so wie du jetzt gerade die Hauptstadt beschrieben hast so ne als riesige Burgfestung quasi so habe ich es mir jetzt vorgestellt das passt da 1A zu weißt du ich stelle mir vor du kommst da in diese Stadt da rein mit dieser Hintergrundmusik und das ist ne reges Treiben und die Hellen die die Brücke oder die Brückenseiten säumen das ist absolut stimmungsvoll ne es passt passt richtig richtig gut es ist es ist halt insofern ganz cool weil du finde ich von Anfang an einen sehr coolen Bezug zu der Stadt hast also du hast direkt diese akustische Begleitung und wenn man sich das Theme anhört und auch die Stadt kennt sage ich mal hört man also kann man viele Sachen raushören du hörst im Prinzip die verschiedenen Stadtteile mehr oder weniger das ist zumindest das also das habe ich jetzt nicht aus irgendeinem Wiki oder Interview oder sonst irgendwas das ist so mein Feeling du hast halt einmal diesen Magierdistrikt du hast einmal so ein Marktviertel du hast die Burg Sturmwind selbst wo quasi der König sitzt und wo auch die Soldaten Kaserne und Pipapo und du hast halt so ein Zwergendistrikt was so ein bisschen handwerklicher ist und diesen Kathedralenbezirk und das kannst du da halt so raushören finde ich so einmal so dieses etwas dieses epische so dieses ah die Heldenstatuen dann wird es ja wieder so ein bisschen ruhiger und das ist dann mehr so ein bisschen so diese Arkane-Ecke mit dem Magiaturm und keine Ahnung was und dann kommt so dieses Rhythmisch das ist dann wirklich mehr so dieser militärische Teil der Stadt und das finde ich halt super geil an diesem Sounddesign weil man so man hört die Stadt sozusagen und das ist wirklich so gut gemacht meiner Meinung nach und das ist auch ein Soundtrack an dem ich mich wirklich nicht satt hören kann auch so generell die Titeltracks der verschiedenen Addons und keine Ahnung da ist wirklich steckt da so viel drin und ich hab da ja nicht umsonst wirklich mehrere Jahre meiner Zeit drin also meiner Lebenszeit drin versenkt zum ersten Mal gespielt US Closed Beta 2004 oder so dann zum Release in Deutschland 2005 und seitdem halt immer wieder mal mit mehr oder weniger großen Pausen das ist halt einfach viel Zeit und ich kann dir sagen ich habe bis heute noch niemals dauerhaft diese Musik ausgeschaltet weil sie einfach so fucking geil ist natürlich hast du irgendwann dann irgendwann hörst du mal selber Musik nebenbei oder so mach ich selten beim Spielen aber wenn du so ein MMO wirklich stund um stund tag um tag spielst dann brauchst du halt irgendwann auch mal so eine akustische Abwechslung aber die ist nie lange bei mir aus und ich hab auch schon oft genug die Musik irgendwann ausgeschaltet wenn ich das Gebiet gewechselt hab weil ich die Musik in dem Gebiet geiler fand und das finde ich einfach super stimmungsvoll und das muss so ein Spiel auch machen denn wenn das so ein Spiel ist das wirklich auf viel 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 Spielzeit ausgelegt ist und du hast einfach fucking trash Soundtrack dann machst du den halt aus und die ganze Arbeit ist halt für den Arsch klar der Entwickler hat das eh schon bezahlt weil produziert wird es ja trotzdem und du hast das Spiel ja trotzdem gekauft und so weiter das macht dem glaube ich nichts aus so aber so aus künstlerischer Perspektive wird es mir glaube ich echt wehtun wenn du dir einen Soundtrack komponierst irgendwie und dann wird er halt einfach von 90% der Spieler ausgemacht weil es einfach trash ist ja so bitter und ich glaube und ich glaube das hast du in dem Spiel definitiv nicht definitiv nicht mit Blick auf den Tacho müssen wir so langsam zum Ende kommen denn ich habe tatsächlich kürzlich auch Feedback gehalten dass die Stundenlänge als Folgenlänge also die Stundenlänge als Länge für eine Folge die wir ja mittlerweile seit Staffel 2 mal anpeilen eigentlich sehr gut ankommt habe ich jetzt von mehreren Ecken und Kanten gehört und das war ja lange Zeit dass ich mir überlegt habe von der halben Stunde irgendwie auf eine Stunde hoch weiß ich nicht aber durch unseren Dialog teilweise Monolog hat sich das ja eigentlich ganz gut eingependelt für die Stunde aber ich glaube viel länger würde ich es tatsächlich auch nicht machen nee nee bloß nicht es gibt noch einen oder nein es gibt zwei Sachen die ich dir Soundtrack mäßig noch zeigen würde und zwar einmal zum Thema Episch habe ich mir überlegt was könnte ich dir noch zeigen was auch episch ist aber nicht so dieses klassische du bist der Fantasy Held der Drachen schlechter XY sondern eine andere Form von episch und ich dachte da in Richtung du bist inkognito unterwegs Korg also du bist in geheimer Mission unterwegs und bist so geheimagenten mäßig am Start hast du Deus Ex gespielt ich habe es mal angespielt aber dann auch wieder recht schnell wieder aufgehört einen der neueren Teile oder wirklich den ersten okay als er noch relativ neu war oder jetzt irgendwann mal so nee als er relativ neu war das ist schon lange her tatsächlich einer der einer der besten besten eines der besten Spiele und einer der besten Agenten Shooter Thriller Conspiracy mäßigen Dinger steckt wirklich eine richtig geile Story drin auch sehr sehr coole Gameplay Elemente du hast sehr viele verschiedene Möglichkeiten es zu spielen aber mich hat auch von Anfang an schon dieser Soundtrack komplett abgeholt und das jetzt ist quasi der Main Title also das Theme des ganzen Spiels sozusagen was finde ich die Stimmung schon sehr gut überträgt und ich finde man hört in diesem Ding ich weiß nicht oh scheiße jetzt habe ich die ganzen Links schon zugemacht oh nein jetzt muss ich meine YouTube History raus oh fuck muss ich muss ich echt sagen das transportiert für mich persönlich wirklich so dieses ey du bist jetzt ein Geheimagent und hier geht irgendwie so shady stuff ab irgendwie du musst rausfinden was abgeht das transportiert ist so gut für mich natürlich weil ich das Spiel kenne dahinter aber auch das wieder ein sehr sehr gutes Beispiel finde ich wo man merkt wie unterschiedlich eine Musik sein kann und was der technische Einsatz oder auch was für Instrumente du hörst und wie es designt ist vom Klang her und so weiter wie das dafür sorgen kann was du allein für ein Genre wahrnimmst weil ich garantiere dir wenn du das hörst wirst du zum Beispiel definitiv nicht an Fantasy denken so ja wir hören uns gleich wieder und da sind wir wieder da sind wir wieder da sind wir wieder da sind wir wieder was sagst du Deus Ex Main Title interessant so wie du es jetzt gerade gesagt hast so von wegen Geheimagenten mäßig hätte ich mir was tatsächlich ruhigeres vorgestellt wahrscheinlich mehr mehr sneaky so ne ja deutlich sneaky das hat also es fing so Darkwave mäßig an und hatte für mich dann wieder so was Commandant Conqueres ja sehr schönes Wort dann hinterher so ein bisschen stampfender Beat so ein bisschen wie du schon sagtest leicht militärisch so was gedrilltes das ist recht spannend gewesen also war für mich jetzt eine ziemliche Überraschung muss ich sagen weil es halt doch treibender war als ich gerechnet hätte aber hat mir im Ganzen sehr gut gefallen aber hätte ich jetzt definitiv nicht Deus Ex beziehungsweise eher so Geheimagenten Sachen zugeordnet ja es ist ja auch also was ich da so mit meinem Ohr raushöre natürlich auch als jemand der das Spiel gehört hat das ist natürlich immer wieder so ein bisschen anderes der das Spiel auch gespielt hat und nicht nur gehört hat natürlich der aber die Tracks im Spiel viel gehört hat natürlich verbinde ich natürlich auch bestimmte Szenen damit und so weiter ich finde man hört halt so dieses tech-affine so ein bisschen raus durch das Sound Design das ist um Technologie und Gadgets und keine Ahnung schon die Synthesizer irgendwie so das hört man schon so ein bisschen raus und das geht ja auch um kybernetisch augmentierte Menschen quasi also das heißt technisch aufgerüstet das heißt mit Augenimplantaten die dann mit Zoom und Scan und Pipapo und Hacking und sowas und ich finde das kann man halt super gut da raushören aus dem Stück definitiv also es ist jetzt nicht Geheimagent James Bond so sondern Geheimagent JC Denton so der halt in einer etwas dystopischen Zukunft einer Verschwörung auf dem auf der Spur ist sozusagen und ich finde das so in dem Kontext kann man das raushören oder ich kann es da zumindest raushören und finde es einfach sehr gut angesetzt ich habe gerade gesagt ich möchte dir noch zwei Sachen zeigen es war gelogen ich möchte dir noch drei Sachen zeigen jetzt bleiben aber noch zwei über ich habe vorhin schon mal gesagt man hört bei so einem Titeltrack beim Titeltrack 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 auch dass so schnell raus wenn es in so eine militärische Richtung geht hier in dem Track eben hat man es am Anfang kurz gehört da war auch so ein kurzes Drum Bit so drin so ein wo man es auf jeden Fall hört ist bei den Battlefield Tracks habe ich ja vorhin schon kurz drüber geschwärmt damit habe ich jetzt gerechnet Battlefield ist tatsächlich so ein Ding also ich finde ja immer so diesen amerikanischen Patriotismus irgendwie ziemlich albern also total over the top aber so dieses over the top Gefühl so im Sinne von es ist es ist unser Krieg und wir werden ihn gewinnen so dieses Gefühl habe ich immer wenn man so ein Battlefield Track mir vorspielt damit meine ich jetzt nicht mehr hauptsächlich die Titellieder ich hoffe ich habe jetzt hier das Richtige rausgesucht tatsächlich nee habe ich nicht wo ist es verdammt eben war es doch noch hier crap ähm egal nehmen wir das eine es handelt sich hierbei jetzt um das Battlefield 1942 Theme in einer Full Orchestral Version okay und Battlefield 1942 war das erste Spiel der Reihe und hat ja wirklich Maßstäbe gesetzt das heißt große Maps für 64 Spieler Fahrzeuge Flugzeuge und einfach Kriegsgefühl stand ja immer so ein bisschen oder steht immer so ein bisschen in Konkurrenz zum jeweiligen Call of Duty Äquivalent aber ich finde das sind halt so zwei Sachen die man gar nicht miteinander vergleichen kann weil es ganz andere Spielstile sind ganz andere Map Bauweisen und Pipapo deswegen also ich spiele tatsächlich auch beides ganz gerne aber Battlefield ist für mich das was einem Kriegsspiel am Computer am nächsten kommt ohne jetzt zu simulationslastig zu sein aber man es ist noch nicht komplett nur Arcade irgendwie es ist hat nette Aspekte für mich aber dieser Soundtrack holy fuck also bis gleich und da sind wir auch schon wieder wie gesagt das muss ich sehr merkwürdig für euch anhören wir haben jetzt gerade so keine Ahnung fünf bis sieben Minuten oder so einen Exkurs durch sämtliche Battlefield Themes gemacht ja sag an ja also was uns da beziehungsweise worauf Markus mich da anstoßen wollte ist genau dass er geil war nein anstoßen okay nein ist dieses wiederkehrende Element des gleichen Taktes immer dieses und das zieht sich durch jeden Battlefield Teil durch mal mehr mal weniger richtig mal dezent mal voll in die Fresse und ich muss sagen das ist super spannend also das ist mir tatsächlich nie aufgefallen ich habe diverse Battlefield Teile gespielt aber das ist mir echt nie aufgefallen gern geschehen danke ja und das das meine ich halt wenn du so ein Soundtrack mal bewusster wahrnimmst kannst du so viel entdecken und plötzlich werden manche Sachen auch viel krasser es wird plötzlich viel epischer wenn du dir so Soundtracks mal anhörst ich bin auch ein totaler Fan davon wenn so Deluxe Editions von Spielen oder Game of the Year Editions oder so auch den digitalen Soundtrack mit drin haben weil ich höre mir die Soundtracks echt gerne an bei vielen vielen Spielen und ich finde es ist einfach mega mega gut also an sich ist es schon episch aber sie haben teilweise über die Jahre so coole Versionen und Varianten von diesem Theme reingebracht aber auch immer passend zum jeweiligen Setting also diese diese etwas eher so erste zweite Weltkriegsgeschichten und so die sind natürlich alle so ein bisschen gesetzter dafür so ein bisschen orchestraler aber trotzdem richtig episch teilweise in die Fresse und die von den neueren oder eher so in der Zukunft angelehnten Teilen die sind natürlich mehr so ein bisschen alles so ein bisschen mehr elektronisch und so weiter ich finde ein bisschen weniger episch tatsächlich dieses mit den Torpeten und so weiter und mit den Drums und so weiter das ist halt einfach krass das hat für mich direkt so dieses Feeling Military Marching Band irgendwie es wird irgendwas krasses abgeliefert ich habe gewartet dass Sabaton irgendwann anfängt nicht Born to Retreat Moment das war falsch Born to Compete Never Retreat genau so war es Born to Retreat Schade sind wir nicht bei den Franzosen nein und das das ist für mich so auch finde ich super geil wie sie es und das war ja das Beispiel was ich dir gerade gebracht habe so du hörst Battlefield 1 das Titellied spielst das Spiel irgendwie hörst es jedes Mal im Hauptmenü und findest es einfach schon geil es ist schon ein geiler Track irgendwie und da kommt nach einer Weile Teil 2 raus und im Intro fängt das so ein bisschen auch mit so einem Military Track an irgendwie und dann kriegst du wieder dieses so richtig in die Fresse so völlig unerwartet also weiß ich nicht wie unerwartet aber so richtig geil und ich habe jedes Mal wieder eine Gänsehaut ich könnte mir das jetzt auch fünfmal anhören ich hätte fünfmal eine Gänsehaut das fände ich echt anstrengend irgendwann meine Haut fände das glaube ich irgendwann anstrengend tut irgendwann weh glaube ich auch Battlefield da könnte ich auch könnte man auch irgendwann eine eigene Folge drüber machen ich habe so viele Battlefield Momente über die ich heulen, weinen, schreien und in Freude darüber erzählen könnte weiß ich aber nicht wie interessant das für Zuschauer ist wenn ihr sowas hören möchtet schreibt es mir gerne als Feedback dann lässt sich das bestimmt einrichten aber ich will euch natürlich auch nicht damit langweilen aber es gab schon sehr sehr viele lustige und weniger lustige Momente ein Abschluss habe ich noch für dich lieber Christian ein Abschluss was und zwar haben wir von Skyrim schon gesprochen ja Skyrim an sich hat schon einen sehr guten sehr orchestralen Soundtrack und in Skyrim gibt es ja zum Beispiel auch die Barden die in den Gasthäusern rumstehen und die man hier und da treffen kann die dann auch verschiedene Lieder zum Besten geben die sind an sich schon sehr cool finde ich jetzt gibt es aber zum Beispiel auch Fans die eine Total Conversion Mod gemacht haben zu Skyrim das heißt Skyrim komplett zack deleted und mit dieser Engine quasi ein eigenes Ding erschaffen haben ein eigenes Singleplayer Spiel in der gleichen Engine aber eigene Story eigene Welt komplett alles frei auf Deutsch komplett vertont die NPCs Enderal heißt das Ganze ja wer Skyrim mag aber da mal was Neues möchte eine richtig richtig geile Mod da steckt sau viel Arbeit drin es ist eine komplett eigene Welt das habe ich im Stream schon mal angespielt ich weiß nicht ob du dabei warst ich glaube nicht kann ich sehr empfehlen für euch PC-Spieler da draußen Enderal für Skyrim fantastisch und da möchte ich dir einfach nur mal zeigen was auch in Mods und Community-Projekten teilweise möglich ist wenn wir von Soundtracks sprechen finde ich es auch ein sehr gutes Beispiel was auch so ich sag mal im nicht AAA-Bereich einfach möglich ist um Stimmung zu transportieren und zwar haben wir hier aus der Enderal Mod einer der dortigen Bardensongs und zwar heißt es der wegelose Wanderer und zum Abschluss der geht auch nur zwei Minuten hören wir uns den einfach mal komplett an weil es ist einfach auch ein cooler Track wird dir gefallen okay alles klar also bis gleich ich bin gespannt und da sind wir wieder ihr kleinen Gauner und Ganoven ja äh wow hast du erkannt wer es gesungen hat tatsächlich ich kenne die Stimme ich kenne die Stimme ich weiß nur nicht ich ich äh komm nicht auf den Namen Lara Trautmann danke auch im Internet bekannt als Lara Loft wiederum um einen kleinen Bogen zu sprechen eine der deutschen Synchronsprecherinnen für äh einen Charakter in Death Stranding haben wir eben gerade auch schon drüber gesprochen genau äh also ähm mit mittelalterlicher Musik kannst du mich sowieso direkt catchen äh da bin ich mir gedacht deswegen hab ich rausgesucht und ähm ja es ist wirklich stark gesungen ein unheimlich schöner Text der ähm wirklich eine richtige Geschichte erzählt ich meine sie jetzt selbst natürlich auch als professionelle Sängerin das war jetzt auch nicht irgendwer der das eingesungen hat ich kann jetzt auch nicht sagen ob sie das vielleicht vorher schon gesungen hat also unter dem Video steht äh Song Performed bei Lara Trautmann Music and Lyrics bei Frank Bartolomai keine Ahnung äh wie da die Connections sind und keine Ahnung was ähm ähm aber finde ich sehr interessant dass zum Beispiel auch eine Gaming-affine äh Internetpersönlichkeit sage ich mal ist ja auch äh Synchronsprecherin und Sängerin und so weiter dann auch für solche Projekte akquiriert werden kann und das zeigt finde ich ähm bevor du deine Ausführung in aller Gänze und Ruhe gleich ausführst das zeigt wie ähm wie cool eigentlich auch eine Mod sein kann wenn man da Arbeit reinsteckt das ist einfach nur also einfach nur eine Mod wäre jetzt im Falle von NRAL übertrieben aber sowas hätte man sich vor vielen Jahren einfach noch gar nicht vorstellen können dass man da einfach professionelle Stimmen für sowas überhaupt rankriegen kann ohne da jetzt äh Unsummen zu bezahlen ich weiß jetzt natürlich auch nicht was da jetzt für Konditionen im Spiel waren oder sonst irgendwas ähm aber finde ich einfach mega und und wie das dann so eine Mod auch aufwerten kann absolut ne aber erzähl uns was über deinen Eindruck also auf jeden Fall sehr stimmungsvoll wie gesagt äh unheimlich stimmungsvoll ähm so ein bisschen äh melancholisch traurig ne äh die Geschichte ist ja auch äh nichts fröhliches ne das ist hat irgendwie was sehnsüchtiges ne und ähm mich hat das wirklich gerade richtig gefesselt ne ich musste auch kurz mal die Augen zu machen das war wow wow also ich wusste dass sie singen kann ne ich äh habe auch äh sie schon mal singen gehört aber äh das war jetzt nochmal so eine ganz andere Qualität irgendwie ja ich ich finde tatsächlich ähm ich meine ich bin jetzt kein ausgebildeter Profi ne und ich bin auch der Meinung dass sie ihre Sache sehr gut macht ich will sie jetzt auch gar nicht schlecht reden oder so also da das steht mir auch gar nicht zu in dem Sinne ich finde sie im Vergleich zu anderen Sprechern und Sängern teilweise ein bisschen over the top ja also teilweise so ein bisschen sehr dieses dieses geleierte ich zeige dass ich das kann und das höre ich bei ihr halt immer sehr sehr raus ja so ich finde es immer ich finde den Gesang die Stimme finde ich wunderschön aber immer an diesen Stellen es hätte jetzt eigentlich nicht sein gemusst und das hat sie wenn sie so synchron sprechermäßig irgendwo so ihre Skills demonstriert wenn sie sagt hier mach doch mal den oder mach doch mal das oder irgendwie sowas also wenn sie in diese Sprecherstimme geht hat sie teilweise auch dieses over the top mäßige und das finde ich total schade weil sie bräuchte es nicht aber nichtsdestotrotz ist der Gesang einfach sehr schön und ich finde es halt auch also wenn man sich jetzt vorstellt dass diese Mod sowas nicht unbedingt hätte wäre es mit Sicherheit immer noch eine gute Mod aber mit deutlich weniger Stimmung in diesem Aspekt des Spiels so also das das ist schon sehr sehr krass und ich mag das auch ich spiele im Moment ja wieder relativ viel Elder Scrolls Online als MMO ist ja auch quasi aus Elder Scrolls also Skyrim ist ja Elder Scrolls 5 genau zum Beispiel und Elder Scrolls Online spielt ja quasi in der gleichen Welt also eines der Gebiete ist das Himmels das westliche Himmelsrand was wiederum der Ort ist an dem Skyrim spielt so das heißt auch dort kannst du in die Städte und pipapo und auch dort in diesem Spiel hast du verschiedene Barden die irgendwo rumstehen die dann auch ihre Liedchen trellern und so weiter ich bleibe immer da stehen und höre mir das erstmal an finde ich gut einfach weil es cool ist das ist auch so ein bisschen Appreciation würde ich sagen du zeugst dem halt so Respekt ich genieße es auch einfach weil ich es schön finde dass sich die Mühe dafür gegeben wird zum Beispiel auch in einer deutschen Version eine lokalisierte Version eines Liedes zum Beispiel reinzubringen auch nicht unbedingt selbstverständlich zumal es jetzt keinen spielerischen Aspekt hat oder so in dem Sinne und von daher finde ich das sehr sehr schön und damit würde ich von meiner Seite eigentlich auch abschließen es sei denn du möchtest noch irgendwas zum Thema Spiele Soundtracks beitragen hast du zum Beispiel jetzt hast du so ein bisschen gehört was mich so ein bisschen flasht Spiele Soundtrack mäßig hast du einen Soundtrack für mich parat wo du sagst den solltest du dir mal anhören zack eiskalt jetzt gerade tatsächlich nicht ich müsste mir da echt Gedanken zu machen aber ich glaube du hast heute ein paar Sachen kennengelernt die dir mal genauer anhören absolut ich habe das auf jeden Fall gesehen also was ihr nicht gesehen habt ist das das finde ich auch sehr sehr nett tatsächlich der Christian hat das wirklich wirklich sehr genossen und war da sehr offen für also wirklich mit Kopf zurücklehnen im Stuhl und Augen zu und das wirklich auf sich wirken lassen also fand ich sehr schön ich hoffe dass ich dir da so den einen oder anderen netten Soundtrack mit auf den Weg geben konnte absolut jetzt habe ich auch wieder voll Bock auf Reveillon ja vielleicht finde ich irgendeine Coverversion mit dem ich die Folge heute ausklingen lassen kann ohne Copyright Strikes befürchten zu müssen schauen wir mal falls nicht hört ihr jetzt das normale Intro in diesem Sinne das war eure heutige Dosis vom Mindcast ich hoffe ihr seid gesättigt und vielleicht klickt der ein oder andere ja in die Links in den Shownotes rein und hört sich an was wir uns so angehört haben dann habt ihr auch ein bisschen ein Feeling warum wir uns jetzt episch fühlen und gern Sonnenuntergang auf unseren Drachen fliegen werden in diesem Sinne Ciao Ciao reingehauen Küsschen aufs Nüsschen und streichel die Eichel und so weiter Ciao Ciao Die Mindcast ist hier zu save your day Games movies and more für geeks und nerds your favorite podcast ever Die Mindstalker ist auf his way The Mindcast is here to save the day The Mindstalker is on his way Talking about things the Mindcast way The Mind differently And I have a FEJELTS